Ninja! Ninja, wenn er einmal gekillt wird, ne? Ich schwöre, der sagt so direkt, äh, Alter, aim, stream sniper! Ich mein, man muss sagen, Ninja, die ist über-aim, weil er eben als diesen Einzuchtastaktor spielt. Richtig aus als diesen Einzuchtastaktor spielen, hätte ich auch schon ein Aim-Bot, quasi. Ich hab gefütten Punk an Aim-Bots, aber... Ey, was machen?! Hey, einmal... Ha? So, dass ich dir nicht Bescheid gesagt hab, dass ich, äh, dass ich auf deiner Account orland bin. Vor allem, du wirst mir ne Kanonenkugel, ey! Sagst du mir, äh, gehst offline, dann gehst du in dein Account, dann gehst du in mein Account? Ja, ich will, ich, ich war grad eben auch essen, deswegen... Ja, 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 ja! Ich hab, ich hab, ich hab gute Neuigkeiten, äh, Jonas. Wir haben bis Mai keine Schule. Ich weiß. Toll, ne? Wurden wir in der Klassegruppe schon vorgesagt, Digga. Easy. Nee, ich war derjenige, der das so nicht was in die Gruppe geschickt hat. In meiner aber, nicht in deiner. Nein! Tschüss! Ich tippe mich! Geh vor, Jonas! Machst mich! Ah, stell dich mir nicht gern, Mini-Spin. Ja! Ich hab so'n 150er Headshot, ne? Ja, ich hab Zeit! Wo steht denn der Junge? Ah ja, ich will mal mit los. Also, Yammer. Ja? Wahrscheinlich will ich nicht durch meine Treppe durch. Ach du sch... Ich bin ja da mal ein bisschen auf Controller, ok? Oh Gott, oh Gott! Ey, Yammer! Hm? Ich mache gerade einen Stream. Okay. 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 Wer hat die... Eine Frage, wer hat die zwölf Siege? Ich natürlich. Ich würde mich nicht anschließen, ich mache gerade Einstellungen. Ich törtel dich ein. Ich wollte jetzt Jonas endlich retten, aber egal. Dafür rech ich ihn. Timmy, du kleiner Haram-Boy. Guck, Yalma, du rechst du mich, okay. Yalma, er hat Aim-Bot. Er hat Aim-Bot. Was? Ja, Alter. Egal. Ja, wie schnell dreht er sich auf einmal um, Alter. Sondern, komm sofort. Wir sind hier ein Starmer Player. Du hast dich so schnell umgedreht, er ist doch gerade auf. Alles klar. Bin wir da? Was? Töten! Hase, Hase. Wo ist denn was? Leute, ich muss, ich muss kurz essen. Ich komme dann wieder. Hallo, Lasse! Ich weiß nicht, Janne. Yalma, Yalma. Yalma, wenn du deine Abonnenten verlierst, ist doch die meine Schuld. Was denn? Yalma, sorry, aber du wirst bald dein... Wie viel kriegt Yalma noch mehr Abonnenten? Yalma, du wirst wahrscheinlich bald deine Abonnenten verlieren. Nee, der kriegt 50.000 mehr. Was hast du schon gesagt? Du wirst wahrscheinlich bald deine Abonnenten verlieren. Warum? Hast du meine Mutter gerade gehört? Äh, nee. Was hat sie denn gesagt? Die ist hier reingekommen und hat gesagt, ah, Tabloop. Also, deine Abonnenten sind bald weg, okay? Ja, aber okay, keine Sache. Ich habe hier noch einen Account mit 1.000 Abonnenten überreicht. Weg mit dir. Das ist... Das ist doch heuernlos! Heuernlos! Ich bin nur lieber den Stream und löscht den Stream. Ich habe kein Programm und nicht zu verlieren. Äh, nein. Hä, wo kann man den Stream löschen? Ich kann das nicht, weil ich habe dein Handy nicht. Ich brauche dein Handy. Gib mir dein Handy. Du Haraboy! Heu, was du auch bist. Finn hat mich eingeladen. Bist du noch am Stream? Wer? Wer hat mich eingeladen? Bist du... äh, Finn. Ja, ich bin noch am Stream. Warum? Mach den aus! Ich habe ihn noch Abonnenten zu verlieren. Mach den aus! Okay. Danke. 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 Danke.